Jürgen Dreefs lebt jetzt in München, so war der Umzug. Für Jürgen Dreefs und seine Familie geht privat eine Ära zu Ende. Nach 25 Jahren zog es den 79-Jährigen zurück in die bayerische Hauptstadt, nach München, um näher bei Tochter Joelina zu sein. Wie der Umzug war und wie die ersten Tage im neuen Haus gelaufen sind, hat Joelina im Schlager.de Interview erzählt. Die Familie Dreefs hält zusammen. Schlagerstar Jürgen Dreefs und seine Frau Ramona haben nach 25 Jahren die Umzugskartons gepackt und sind knapp 700 Kilometer weiter nach München gezogen. Nur fünf Minuten von Joelina und ihrem Adrian entfernt. Eine Doppelhaushälfte ist nun ihr neues Zuhause. Jürgen Dreefs, Kisten, Karton jede Menge Zeug 25 Jahre lebten Jürgen und Ramona in Dölmenroerup. In einem großen Haus auf einem großen Grundstück, der sammelte sich in den Jahren natürlich einiges zusammen. Joelina denkt praktisch und hat via Instagram angekündigt, sogar einige persönliche Dinge zu verkaufen. Die komplette Familie war das gesamte Wochenende damit beschäftigt, das Herb und Gut von Jürgen Dreefs und seiner Ramona in Kartons und dann in LKWs zu hieven. In München angekommen werkelte man bis in die Nacht hinein mit Umzugshelfern, Elektriken und Dachtecken weiter, um das neue Zuhause von Jürgen Dreefs so schön wie nur möglich zu gestalten. Doch gereicht das noch nicht, wir werden wohl nochmal einen Speditionswagen kommen zu lassen. Um den Rest zu holen, sind Joelina zu Schlager.de Joelina und Adrian waren große Helfer Da Jürgen Dreefs und auch seine Ramona nicht schwer heben dürfen, haben Joelina und ihr Adrian gleich doppelt angepackt. Die beiden sind sehr froh, dass Jürgen und Ramona nun endlich angekommen sind. Ich war natürlich ein bisschen wehmütig, als ich aus dem alten Haus ging, aber auf der anderen Seite haben die es jetzt so schön. Ich freue mich so, dass die beiden jetzt hier bei mir sind. Und wir sind ja da nicht aus der Welt. Die Familie, die wir in Dömen noch haben, versuchen wir natürlich weiterhin regelmäßig zu sehen, sagt die 28-Jährige. Ein gemeinsames Willkommensessen gab es in München natürlich auch schon. Eine Abschiedsparty für den Schlagerstall gab es aber leider nicht. Aus einem bestimmten Grund, sagt Joelina, meine Eltern hassen Privatjahr-Partys, deshalb, glaub ich, wird's die auch nicht geben. Kein Wunder, wer jahrelang auf Partys aufgetreten ist, möchte privat wohl eher darauf verzichten.